Herzlich Willkommen bei Ballast Capital. Wir sprechen heute über das Risikomanagement, wenn man an der Börse investiert und ich freue mich sehr, dass wir Christian Redl bei uns zu Gast haben. Servus Chris. Servus. Wenn man an der Börse investiert, sagen viele Menschen, das ist sehr, sehr riskant. Ist es auch, wenn man sich a nicht auskennt und b kein richtiges Risikomanagement fährt. Risikomanagement kann man aber nur machen, wenn man die Risiken kennt. Die bekanntesten Risiken, haben wir gerade im Vorfeld besprochen, sind ja das Marktrisiko, das Zins- und das Leverage-Risiko. Vielleicht kannst du zu Beginn unseren Zusehern einmal kurz erklären, wie man diese Risiken überhaupt definiert. Naja, Risiko ist ja immer ein persönliches Empfinden. Der eine ist risikobereiter, der andere weniger risikobereiter. Das heißt, das erste Mal ist, man sollte ein eigenes Risikoprofil erstellen, damit er einmal weiß, wie weit will ich mich da aus dem Fenster jetzt lehnen. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, man sollte sich natürlich mit der Materie auseinandersetzen und nicht einfach glauben, ich zocke da jetzt irgendwie herum mit Bitcoin oder mit Aktien oder Forex oder was auch immer. Ich glaube, dass es halt extrem wichtig ist, dass man sich im Vorfeld damit wirklich auseinandersetzt. Das einmal ausprobiert. Es gibt ja gewisse Demokonten zum Beispiel, wo du halt virtuelles Geld noch handelst, wo man einmal die ersten Erfahrungen sammeln kann. Ich meine, es gibt Online-Akademien, wo man sehr gute Inputs bekommt. Und je besser man sich vorbereitet, desto geringer wird das Risiko. Risiko wird es aber immer geben. Wird es immer geben, ja. Marktrisiko ist ja auch das makroökonomische Risiko. Anstatt wohin geht der Markt, was gibt es für Trends etc. Wenn ich so mit Tradern spreche, merke ich, dass die makroökonomisch keine Ahnung haben. Die schauen sich auch nichts an. Ist das eigentlich ein großes Risiko, wenn man von der Wirtschaft gar nichts versteht? Das kommt immer darauf an, wie lange man seine Trades macht. Aus klassischer Trader, wenn es jetzt dann Intrademok ist, dann wird das große ganze Bild jetzt dann mehr oder weniger egal sein. Wenn man jetzt langfristig damit Geld verdienen möchte, muss man sich mit allen Bereichen auseinandersetzen. Also ich bin immer ein guter Freund gewesen davon, dass man sich so gut wie möglich vorbereitet, in verschiedensten Feldern sich auskennt. Und je mehr ich natürlich einen Markt einschätzen kann, desto leichter tue ich mir. Es gibt natürlich Trader, die sagen, ich schaue mir nur Charts an und mache Chartanalyse. Ist natürlich auch eine Berechtigung. Man muss halt im Vorfeld immer sich überlegen, was für ein Typ bin ich? Bin ich eher langfristig, eher kurzfristig? Wie viel Risiko will ich nehmen? Und dann kann man halt dann quasi sein eigenes Tradingprofil erstellen. Aber ich glaube, wenn man das sich im Vorfeld nicht überlegt, dann geht man halt ein sehr großes Risiko ein. Da sind wir dann gleich beim zweiten Punkt, beim Zinsrisiko. Wir sind jetzt mittendrin in einer Zeit, wo die FED und die anderen Nationalbanken und generell auch die EZB die Zinsen weiter erhöhen. Das heißt, das hat gewisse Auswirkungen auf die Trades. Kennen sich auch wenige Leute damit aus, oder? Also das Problem ist, ich finde es immer wieder schockierend eigentlich, dass sich so wenige Leute mit dem Thema Geld, Finanzen auseinandersetzen. Also ich finde eigentlich gerade schon in der Schule unterrichtet, damit sich die Kinder da schon mal damit auseinandersetzen. Ich habe damals das große Glück gehabt mit 16, dass ich Wall Street gesehen habe und war schon damals fasziniert von dieser Welt. So jung bist du noch? Und ich habe halt jetzt schon 30 Jahre Erfahrung damit, also doch einiges. Aber da war halt schon in jungen Jahren das Interesse dafür da. Und je mehr Dinge du erlebst, da war natürlich Bankenkrise, Finanzkrise und und und. Also Trash vom neuen Markt haben wir das live miterlebt in meinem ersten Jahr in der Bank. Also da lernt man halt dann auch sehr viel. Und deswegen glaube ich, man muss sich halt einmal prinzipiell mit allen auseinandersetzen. Natürlich ist es immer schwierig zu sagen, okay, wo geht die Reise hin? Man kann gewisse Tendenzen erkennen, aber es bleibt immer trotzdem ein gewisses Restregulatur bei jeder Form des Investments hängen. Weil ein hundertprozentiges garantiertes Vehikel gibt es einfach nicht. Ich denke, die Gier führt wahrscheinlich auch zu dem hohen geleveragten Trading. Dass Leute mit einem Faktor 5, 6, 7, 8, 9, 10 hineingehen und sehr, sehr viel Geld riskieren. Das heißt, wenn der Kurs nur ein paar Prozent schwankt, kann das ganze Geld weg sein. Ist es die Gier oder ist es was anderes? Also es hängt immer davon ab. Natürlich ist es so, wenn man zum Treten beginnt, ja, habe ich heute die Erfahrung gemacht, wenn ich so mit den Leuten spreche, dass ich gemerkt habe, die haben halt relativ wenig Kapital. Natürlich, wenn dann der Hebrot dementsprechend groß ist und es in die richtige Richtung geht, verdienst du ja gleich mal viel mehr. Das schaut ja gleich mal super aus. Das Problem ist natürlich, wenn es dann in die falsche Richtung geht, dann bist du richtig auf der falschen Seite gelandet und dann ist es natürlich dann im Treten auch gleich wieder schnell vorbei. Also deswegen ist es auch hier wieder immer die Frage, wie viel Risiko bin ich bereit zu nehmen. Deswegen also Leverage, wobei es gibt da auch schon wieder gewisse Regulatoren, die hier vorgeschrieben worden sind von der Finanzmarktaufsicht und ähnliches. Das heißt, so wie früher mit dem Leverage können eigentlich eh Beginner, sag ich einmal, nicht mehr arbeiten. Gott sei Dank ist da eine Regel vorgeschoben worden. Aber das größte Problem, glaube ich, was du richtig angesprochen hast, ist diese Emotion beim Treten. Also ich glaube, dass sehr viele Leute leider sehr viel Geld deshalb verlieren, wenn sie verlieren, dass sie einfach viel zu emotional werden. Also man merkt das zum Beispiel auch immer bei den Ausbildungsakademien, wenn die Leute quasi nur das virtuelle Geld haben, wo sie wissen, wenn das jetzt weg ist, ist es egal, weil es ist ja nicht echt und es ist vor allem nicht mein Geld, ist ja ganz wichtig. Dass sie dann anders treten und anders agieren, als wie wenn es dann auf einmal jetzt von diesem Demokonto auf ein echtes Konto gehen und die ersten 5000 Euro einzahlen. Plötzlich passiert natürlich etwas im Kopf und das ist dann eben die größte Gefahr tatsächlich, dass da halt die Leute dann eben diese Fehlentscheidungen treffen. Ganz einfach, weil sie wissen, oh mein Gott, das ist jetzt mein echtes Geld. Wenn das jetzt weg ist, dann trifft es mich ja wirklich. Beim Demokonto ist es ja egal. Jetzt waren wir schon bei den Punkten, was man tun kann, wenn man die Erkenntnis hat, dass man sich dann gut auskennt und dass es viele Risiken gibt. Also das kann man niederschreiben, wie du richtigerweise gesagt hast, Risikoprofil und dann beschäftigt man sich mit dem Markt. Punkt eins, Emotionen im Griff haben. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, das war das Schwierigste. Ja, kann man wahrscheinlich... Aber kann man lernen. Ja, kann man. Also man kann sich ja immer überlegen, wie viel Geld bin ich bereit zu setzen? Wann gehe ich in den Markt hinein? Wann gehe ich aus dem Markt hinaus? Vor allem das ist das Wichtigste. Das heißt, da gibt es ja auch gewisse Werkzeuge wie Stop Loss zum Beispiel, ein ganz wichtiges Tool. Nicht einfach zuschauen, wie das Geld weniger wird, sondern auch irgendwann mal sagen, okay, jetzt ist die Schmerzgrenze erreicht. Weil das, was die meisten Leute ja leider vergessen beim Traten oder generell, wenn sie ein Wertpapierdepot haben, das Geld, das Plus oder das Minus ist ja eigentlich nicht real. Das ist fiktiv. Sondern es wird ja erst real, wenn ich es verkaufe oder kaufe, also in welche Richtung du halt gehst. Und das ist das, was die meisten vergessen. Also nur weil dort steht jetzt Plus 10% oder Minus 10%, heißt das de facto eigentlich nichts, weil es ja nur ein Papier ist. Das Problem wird ja erst dann, wenn ich es dann realisiere. Stop Loss ist ja eine ganz wichtige Technik. Vielleicht kannst du den Zuseher nochmal kurz erklären, wie das genau funktioniert. Also du kaufst deinen Kurs zum Beispiel mit 100. Genau. Wie setzt man dann richtig die Stop Loss? Genau. Dann muss man sich halt dann überlegen, wie weit bin ich bereit, das Geld zu verlieren? So haben wir jetzt 10%, wenn wir jetzt zum Beispiel bei 100 bleiben beim Beispiel. Wenn der Kurs dann auf 90 geht, automatisch wird man dann einfach ausgestoppt. Das heißt, das ist ja das nächste Problem. Viele Leute haben ja nicht die Zeit Tag und Nacht vor den Bildschirmen zu sitzen und die Charts zu verfolgen. Sondern wenn ich quasi jetzt dann eine Position eröffne, würde ich automatisch sofort einen Stop setzen. Wo ich sage, okay, bis dahin kann ich es verkraften, wenn es ins Minus geht. Und das ist, glaube ich, einmal ein ganz wichtiges Tool. Und den sollte man aber dann auch aushalten können, emotional wieder. Weil viele Leute sagen, naja, nein, das wird schon wieder steigen und damit er nicht ausgestoppt wird. Weil dann habe ich es ja realisiert, setze ich den Stop halt dann auf 80. Ganz gefährlich. Und dann fällt es auf 80 runter und dann denkst du, na gut, jetzt habe ich eh schon 20% verloren. Jetzt setze ich ihn noch weiter runter. Ja, also das sind halt dann diese klassischen Fehler. Also wenn man sich das im Vorfeld gescheit überlegt, dann ist es halt wichtig, dass man diesen Stop setzt. Wenn es dann aber steigt und wir gehen dann, sage ich einmal, zum Beispiel auf 110 rauf, dann kann ich hierher gehen und den Stop von 90 auf 100 setzen. Und damit habe ich schon einmal kein Risiko mehr. Weil selbst wenn es dann wieder auf 100 runter geht, habe ich zwar nichts gewonnen, aber auch nichts verloren. Wenn es dann auf 120 steigen würde, dann kann ich den Stop auf 110 setzen und damit habe ich schon einmal 10% verdient. Also ich glaube, mit dieser Stop-Loss-Strategie kann man schon einmal sehr viel tun. Braucht man aber auch viel Disziplin dazu? Disziplin ist das um und auf. Also wenn man keine Disziplin hat, sondern nur emotional handelt, glaube ich, dann wird es langfristig gesehen. Natürlich kann man immer Phasen haben, wo alles gut läuft, aber es kann ja keiner in die Zukunft schauen. Das ist das Problem. Also wenn einer sagt, es geht immer nur von links unten nach rechts oben, dann ist das sicher mehr Betrug. Wenn die Kurse aber dann nach oben ausbrechen, also wenn es sozusagen Kerzen gibt etc., könnte man auch Gewinn-Mitnahmen machen. Mitnahmen machen, ganz genau. Also es gibt da jetzt wieder Maschinen und Möglichkeiten. Entweder nehme ich die Gewinne mit oder sage, ich nehme den ganzen Gewinn raus, damit ich das auf der sicheren Seite habe. Oder ich nehme den Anteil raus, den ich gesetzt habe, an Kapital raus, dann habe ich auch das Risiko draußen. Oder was ich halt immer klassischerweise gemacht habe, ist, ich habe einfach meinen Stop-Loss einfach immer nachgezogen nach oben hin. Und irgendwann dreht ja dann der Markt und dann ist da einfach ausgestoppt und du hast deine Gewinne mitgenommen. Und das ist, glaube ich, jetzt einmal von den Emotionen her am wenigsten. Das, was aber auch wichtig ist, ist natürlich das Money-Management. Das ist halt das, was auch viele vergessen. Also ich glaube, das sind so diese zwei klassischen Fehler. Das eine ist eben dieses Emotionale, dass sie nicht arbeiten mit Stop-Loss und Gewinn-Mitnahmen und solchen Techniken. Und das zweite, was natürlich extremst wichtig ist, ist das Money-Management. Wenn du 100 Euro hast und du setzt 100 Euro alles auf eine Karte und du hast dann kein Geld mehr zum Nachschießen oder auf eine andere Position zu setzen, dann wird es halt schwierig. Wenn es gegen dich läuft, bist du ja gleich noch im ersten Trade pleite und damit kannst du nichts mehr weiter tun in der Zukunft. Deswegen glaube ich, ist ja das Money-Management extremst wichtig, weil nicht jeder Trade kann funktionieren. Also, dass jeder immer auf der richtigen Seite ist, ist eine Unmöglichkeit. Irgendwann bist du auf der falschen Seite. Und dann musst du aber eben noch so viel Geld haben in der Reserve, dass du halt auch in der Zukunft wieder eben die Gewinnertrades machen kannst. Und wenn du das eben nicht hast, dann bist du beim ersten Verlust schon einmal komplett ausgestattet und hast eigentlich kein Geld mehr zum Traden. Es gibt ja diese Regel an der Börse, bereite dich immer auf das Schlimmste vor. Das heißt, bereite dich darauf vor, dass die Kurse so weit nach unten einbrechen, dass das ganze Geld weg ist. Ist das ein guter Ratgeber? Also, ich würde jetzt dann nicht mit Geld traden oder was auch immer tun, wenn ich es jetzt dringend brauche oder wenn ich jetzt mir denke, vielleicht kann ich das Geld in einem Jahr brauchen. Also, wenn jemand tradet, sollte man immer davon ausgehen, dass alles weg sein könnte. Also, ich bezeichne das auch bei mir immer, wenn ich das selber mache, aus Spielkapital. Das ist es auch in meinen Augen. Natürlich gibt es andere Investments. Also, wenn jetzt Immobilien oder was langfristiges ist, ist es natürlich was anderes. Aber wenn man jetzt wirklich an der Börse herum tradet, zockt, wie man so schön sagt, dann würde das eher nur mit Spielkapital machen. Weil es kann natürlich, wenn es gegen dich läuft, relativ schnell und leicht eben passieren, dass dann alles weg ist. Wenn ich mit Menschen spreche, sind die oft sehr, sehr frustriert und sagen, Florian, um Gottes Willen, ich habe so oft verloren. Dann sage ich denen, es geht nicht darum, wie oft du verloren hast, sondern in Relation dazu, wie oft du gewonnen hast. Weil auch die Profiträder, die haben ja teilweise 45% Verlusttrades, 50% sind null und 5% machen am Jahresende sozusagen den Gewinn aus. Ganz genau. Das geht eigentlich darum. Also, verlieren lernen. Also, da sind wir ja wieder bei der Emotion. Wer will schon gerne verlieren? Ich sage immer so, immer wenn ich verloren habe im Leben, wurscht, ob es jetzt im Sport war oder beim Träten oder wo auch immer, da habe ich am meisten gelernt für die Zukunft. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich ganz jung in der Bank angefangen habe. 1999, neuer Markt in Deutschland, du hast jede Aktie kaufen können. Also, das war damals wirklich so der Spruch, blind mit der Tat, Pfeil auf die Börse Zeitung geschossen. Und die Aktie haben wir dann gekauft und wir haben Geld verdient. Dann kam halt der Februar 2000, wo innerhalb von 5 Tagen alles aber komplett eingebrochen ist. Also, ich habe zuerst ein halbes Jahr richtig gut verdient in jungen Jahren, dass man dann gleich mal das erste Cabrio kaufen konnte. Und ja, am nächsten Tag war dann wieder alles weg, inklusive Cabrio. Aus vielen Lernernern. Aber ich muss sagen, also natürlich in dem Moment ist es nicht super, ist ja logisch. Aber aus diesen Niederlagen habe ich immer am meisten gelernt. Und das ist ja genau das, was man halt da auch lernt. Du musst halt mit diesen Emotionen umgehen. Auch wenn ich jetzt zehnmal auf der falschen Seite liege, muss ich eben durch das richtige Money-Management noch immer so viel Geld haben, dass ich halt dann mein elften Dritt machen kann, der mir halt dann das Geld am Jahresende bringt. Jetzt sind wir wieder bei Disziplin. Genau. Und das ist eben genau das Thema. Also, du musst halt immer schauen, dass du halt im Long-Rang Geld verdienst logischerweise und nicht vernichtest. Aber das funktioniert eben nur deshalb, wenn du diszipliniert bist, wenn du das richtige Money-Management hast und wenn du halt dann eben die richtigen Techniken mit Stop-Loss, Gewinnmitnahmen und so weiter anwendest, dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass jeder Mensch, wirklich jeder Mensch ein erfolgreicher Trader werden kann. Jetzt werden im Internet vermehrt Risikomanagement-Tools angeboten. Also, du kannst da Software installieren, gibst da deine Ideen eines Trades ein und die Software gibt dir genau vor, was du machen sollst. Was haltest du davon, so in Richtung KI und so weiter? Ist das sinnvoll? Also, es gibt natürlich gewisse Techniken und Möglichkeiten und natürlich auch Technologien. Das Problem dabei ist, das muss man sich jetzt sehr genau anschauen, auch hier gilt natürlich genau dasselbe, wie wenn ich jetzt selber drehe, ob ich das jetzt nämlich selber mache oder ob ich das quasi über den Computer machen lasse. Die Regeln dahinter mit Money-Management und so weiter, es bleibt immer dasselbe. Das Einzige, was ja die machen, ist, die generieren halt Signale, wo man sagt, ob wir jetzt kaufen, ob wir jetzt verkaufen, jetzt kann ich mir das anschauen über eine Zeit, ob das wirklich stimmt oder nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass es immer wieder Phasen gibt, wo es funktioniert. Also, ich war ja selber bei einigen Hedgefonds tätig und da hat man halt gesehen, es hat halt die goldene Zeit gegeben, sagen wir mal, wo die Trendfolger, die CTS gut funktioniert haben. Mittlerweile funktionieren die halt seit Jahren nicht mehr, weil es halt keine langen Trends mehr gibt, sondern alles viel kurzfristiger geworden ist, dann funktionieren halt diese Systeme nicht mehr. Das heißt, niemand kann in die Zukunft schauen. Niemand. Und manchmal liegst du halt auf der richtigen Seite und manchmal nicht. Aber wie du jetzt quasi auf die richtige Seite kommst, das bleibt jedem selber überlassen. Das heißt, entweder machst du das selber, du eignest dir das an oder du greifst eben auf diese technischen Tools zurück. Beides hat seine Berechtigung, definitiv. Für das kurzfristige Training ist ja Risikomanagement extrem wichtig, eigentlich aber auch für die langfristige Anlage. Wenn du jetzt dich entscheidest, dass du eine Amazon-Aktie kaufst mit DCA-Methode zum Beispiel, kannst du da kurz umschreiben, welche Risikoaspekte man so bei der langfristigen Anlage auch im Auge behalten muss? Wenn man jetzt wirklich langfristig investiert, dann glaube ich, ist die Diversifikation das Wichtigste. Also ich würde jetzt nicht alles auf die Amazon-Aktie setzen. Ich würde jetzt vielleicht auch nicht alles auf Aktien setzen, sondern ich würde dann halt sagen über ein Aktienportfolio, vielleicht Immobilien, ich habe vielleicht was in Gold. Also je breiter man aufgestellt ist, desto besser ist es natürlich. Aber man muss halt immer im Vorfeld überlegen, was ist mein Ziel? Will ich jetzt Vermögen aufbauen? Will ich Vermögen behalten? Das sind natürlich dann andere Strategien, die man wählen muss. Und ich glaube halt, wenn man sich damit nicht selber auseinandersetzen möchte, was halt leider wirklich wenige Leute tun, dann sollte man sich halt Profis holen, die das dann machen für einen. Macht die gemischte Anlage aus deiner Sicht Sinn, dass du sagst, du hast ein langfristig orientiertes Portfolio mit der Diversifikation und nebenbei, dass du ein bisschen zocken? Also das kommt jetzt immer darauf an, was ist das Lebensziel? Also der Punkt ist ja der, also ich glaube halt, je jünger man ist, desto mehr will man das Geld aufbauen. Je älter man ist, desto mehr will man das Geld beschützen. Und wenn ich das Geld jetzt beschützen will, ist natürlich die Strategie eine andere, als wenn ich jetzt das Geld aufbauen möchte. Ich bin nur immer im Aufbau, obwohl ich jetzt schon 46 bin. Und es hängt natürlich auch davon ab, wie ist man selber gebohlt. Also ich bin halt jemand, der gern selber tradet. Also das macht mir ja auch Spaß, muss man auch sagen. Also sitze dann auch immer gern vor den Charts und überlegen, okay, steigt es jetzt, folgt es jetzt, wo setze ich meinen Stopp, wo setze ich meine Gewinnmitnahme. Das ist ja wie ein Spiel de facto. Und das macht natürlich auch Spaß. Du kennst dich ja so gut aus, dass es eine Freude ist, mit dir darüber zu diskutieren. Aber jetzt hast du mich neugierig gemacht, in welche Aktien du derzeit investierst. Hast du so einen ganz heißen Aktientipp für die Zuseher? Aktien habe ich nicht. Also das, wo ich jetzt investiert habe, ist, also ich trade Bitcoins, weil die Volatilität mir da sehr gut gefällt, rauf, runter, rauf, runter. Also für einen Trader perfekt. Im langfristigen Investment habe ich jetzt eine etwas andere Strategie gewählt. Durchs Tauchen bin ich natürlich Ozeanliebhaber und Ozeanschützer. Und ich investiere jetzt dann in Aktien oder mehr in Fund of Funds eigentlich in Firmen, die wirklich nachhaltig etwas verhindern wollen. Ich meine, das ist ein eigenes... Hültz, diese Themen, oder? Genau. Also ein eigenes Riesenthema Nachhaltigkeit. Jetzt sehr viele Leute wollen in nachhaltige Fonds investieren und wissen gar nicht, was da drin ist. Da wird da eigentlich schlecht, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Also ich habe da ein paar Fonds angeschaut, die unter Nachhaltigkeit laufen, wo dann halt eben Aktien drin sind, wie Amazon, Apple und IBM, wo ich mir denke, also mit Nachhaltigkeit, nur weil ich jetzt dann Solarpannele am Tag habe vom Büro, ist auch nachhaltig. Aber für mich ist nachhaltig etwas ganz anderes. Das ist eine Marketingstrategie, das Wort nachhaltig. Genau. Da muss man genau hinschauen. Genau. Da muss man extrem hinschauen. Also du schaust dann genau hin? Also Firmen, die wirklich da um die Umwelt kümmern. Genau. Die halt irgendwie Ideen haben, um das Plastik aus und mehr rauszuholen und das wieder zu verwerten. Oder das sind halt dann Firmen, die sagen, okay, wie können wir die Nahrungsketten der Zukunft sichern, weil irgendwann einmal haben wir keine Fische mehr, also züchten die halt dann Algen und machen dann Essen draus und so. Also das sind halt eher so die Aktien, in die ich jetzt gerade investiere. Aber wie gesagt, das ist halt auch wieder eine Strategie, die man sich halt im Vorfeld überlegen muss, was will ich eigentlich? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Leute immer die Frage stellen müssen, warum will ich etwas und wie sehr will ich es? Und dann kann man eben anfangen, zu überlegen, in welcher Richtung ich gehe. Die Märkte sind im Moment extremst volatil. Jetzt steht gerade wieder eine Fett-Zinsentscheidung an. Wie schätzt du die aktuelle Lage ein? Also ich persönlich hoffe, dass sie die Zinsen jetzt dann bald nicht mehr erhöhen. Die Balance-Sheet wurde schon ausgeweitet. Weil ich glaube, das Problem ist ja das, auf der einen Seite verstehe ich ja, was sie damit bezwecken wollen. Sie wollen die Inflation bekämpfen. Und das Problem ist, wenn ich mir jetzt an die Inflation anschaue, bis jetzt habe ich noch keine Wirkung gesehen. Und allein mir fehlt der Glaube, dass auch diese Wirkung eintreten wird. In Amerika sieht man, dass sie rückläufig ist. In Amerika, also in Europa ist es eben nicht der Fall, gerade in Österreich nicht. Und ich sehe halt da jetzt dann aber das doppelte Problem, wenn die Zinsen steigen und die Inflation hoch bleibt. Und die Balance-Sheet erhöht wird. Dann hast du halt das Problem, dass sehr viele Leute leider Gottes unter die Räder kommen werden, glaube ich. Wir hoffen auf alle Fälle das Beste. Definitiv. Wir tragen mit unserer Aufklärung auf alle Fälle einiges dazu bei, dass die Menschen sich besser auskennen und hoffentlich auch ein besseres Risikomanagement etablieren. Genau. Danke für dieses tolle Gespräch und für deine wertvollen Tipps. Alles Gute. Danke. Liebe Zuseher, danke für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und investieren Sie smart.